Willkommen zum achten Teil der Uraltserie der WECO Batterien und jetzt haben wir die Delta 28 Schuss Batterie ist dreieckig altes Seidenpapier noch drauf gab es früher auch bei Aldi oder Lidl eins von beiden auf jeden Fall ich kann mich noch erinnern das fing mit einem Schuss an und dann steigert sich das immer sprich 2 3 4 5 6 und dann in verschiedenen Farben die 7er Salve also richtig geiles Teil ich glaube früher acht oder neun Euro gekostet ja viel Spaß ja